Das Gefühl, ihr wollt immer von mir hören, dass ich aufgebe, dass ich jetzt sage, das war es. Ich kann eine Tabelle lesen, also ich kann sie lesen und ich weiß halt auch, wenn du nochmal eine Serie starten solltest, dann kannst du auch nochmal rankommen. Und von daher, ich werde nicht aufgeben und die Jungs werden es auch nicht. Und das ist auch heute wieder von den Fans honoriert worden. Also Stimmung war gut und wir haben alles rausgehauen. Und ich glaube, das, was wir heute gesehen haben, so spielt keine Mannschaft, die aufgibt. Bitter ist ja so ein Wort, was in dieser Saison ja schon häufiger gefallen ist und das war es auch. Also es war absolut bitter. Ich reg mich gar nicht darüber auf, das entspricht ja dem Fakt, dass es Abseits gewesen ist. Aber bei der Konkurrenz in den letzten Wochen gab es halt diese Abseits-Tore, die dann nicht zurückgepfiffen worden sind. Und da fehlt mir einfach so ein bisschen das Verhältnis. Also dann hätte der eine oder andere mit Konkurrenten ein paar Punkte weniger und hier wirst du halt dann zurückgepfiffen. Das war hier Abseits, also ganz klar. Aber halt da hinten auch bei den anderen Klubs und das verstehe ich nicht. Also da hörst du irgendwelche Alibi-Geschichten dann, wieso, weshalb dann da nicht der Videobeweis gekommen ist. Und muss ich sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Entweder haben wir ein Abseits-Tor oder eben nicht. Und das ist halt seltsam halt irgendwie, da zählen die Tore und hier nicht.